In unserem heutigen Charttechnik-Update schauen wir uns den Ölpreis der Sorte WTI an. Und wie wir hier im Tagesschart sehen, da tut sich momentan nicht allzu viel. Der Ölpreis hält sich seit dem 20. Februar in einer Seitwärtsphase auf. Man bezeichnet dies auch als trendlose Marktphase. Und diese Handelsspanne, die nicht allzu groß ausfällt, wird nach oben begrenzt durch die Verlaufsrohs bei 57,86 und 58,01. Nach unten sichert das 38,2% Fibonacci Retracement bei 55,55 ab. Um diese Handelsspanne, diese Schiebezone nach oben wie nach unten zu verlassen, benötigt der Ölpreis Dynamik. Zündstoff, Kraft, ja und daran scheitert es momentan. Hier sehen wir den Trendbestätigungsindikator Aaron und der hat von plus 100 bzw. von dem Wert von 100 schon deutlich nachgelassen. Das heißt also auch hier wird diese Annahme bestätigt, es fehlt an Dynamik, es fehlt an Kraft. Das heißt also die Seitwärtsphase könnte durchaus noch eine gewisse Zeit andauern. Was natürlich nicht passiert oder passieren darf, ist natürlich, dass die Unterseite der Schiebezone bei 55,55, aber auch die waagerechte Trendlinie bei 54,80 signifikant unterschritten wird. Weil dann könnte es in Richtung der 50-Tage-Linie bei aktuell 53,51 gehen. Das heißt also, dann wäre die Korrektur, die Erholung vielmehr beendet. Natürlich wünschenswert wäre ein Sprung über die obere Begrenzung der Handelsspanne, wie gesagt, bei 57,86,58,01. Allerdings stellt sich dann bei aktuell 57,75 dieser ehemalige Aufwärtstrend, dieser kurzfristige Aufwärtstrend in den Weg, der ja infolge der trendlosen Marktphase seitwärts verlassen wurde. Das ist ein weiterer Widerstand, aber oberhalb von 58,01, ja, dann könnte die Erholung fortgesetzt werden. Und das mögliche Ziel wäre dann das 50% Fibonacci-Tracement bei 59,61. Und das kann das Jebourg noch nicht sein. Vielen Dank.